Wir stehen vor der Höhle des Löwen, äh, besser gesagt vor der Höhle des Chameleons. Willkommen zurück zu Mega Man X1. Ey, ich seh so schick aus, oder? Seh nicht cool aus? So, ich hab ganz viele Leben. Mal gucken, ob Daddy alle dezimieren wird. Ne? Ich hab leider keine Schwachstelle von ihm. Noch nicht, also muss ich ein bisschen tricky sein. Aber ich hab ja schon ein bisschen was gemacht, ne? Ein bisschen, aber ich kenn ihn ja schon. Ne, du Schwein. Ne, guck nicht so. Okay, erstmal gleich wegdashen von ihm. Wow. Äh, hab ich jetzt wirklich mit meinem Helm den Schaden da reduziert? Oder war das jetzt gerade nur ein Zufall? Das sah gerade so aus, dass ich irgendwie das, was von oben runterkommt, äh, aufhalten können. Die, 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 die. Der geht mit seiner Zunge nach mir leckt, Alter. Oh, ne, die, die, die. Egal, ich springe, die, die, die. Aua. Also, wenn, dann muss man springen, oder? Um was abzublocken. Okay, der hat die Hälfte down. Die Hälfte ist doch down. Ah, der mich immer abbleckt, Alter. Der ist richtig ersackt, irgendwie. Toll, wobei geht's nicht aufgeladen? Ne, no. Ich muss doch fully charge, einfach richtig reinballern. Oh. Ey, voll erwischt, Alter. Aber das juckt ihn immer nicht. Der greift mich trotzdem an. Er ist so fies. Aua. Ne, ist ja nicht mein. Sau ab. Okay, Leute, was ist das denn jetzt für eine Taktik hier? Was ist denn für dieses Schwein jetzt? Ups. Erstmal noch voll der Mistklick, alles klar. Egal, rüberwahren, rüberwahren. Du, 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 du. Okay, dann langsam wird er jetzt echt fies, ey. Der lief doch so, Juhu. Das macht irgendwie so ein random Shit hier, ey. Der macht hier so random Shit. Was soll denn das? Ich mach random Mistklicks. Ja, komm, einmal noch so ein dicken Ding reinballern, oder? Dann ist er nicht down, zieht nicht drei ab mit so einem Ding. Oh, war ja, einen noch. Einen noch. Ah. Wie dumm wird A.N.G. wieder. Er hätte ja auch noch oben rechts sehen können, dann wäre er tot. Aber A.N.G. sagt, nein. Ich komm genau zu dir mit meiner Zunge. Aber okay, Leute, wird dann mal besser. Den kriegen wir down. Den kriegen wir down. Da will ich jetzt bloß nicht mal so komisch verklicken hier, ey. Also die Waffe mal switche. Okay, ganz ruhig. Konzentration. Mit seiner ekligen Zunge, Mann. So. Kann er echt immer richtig geil dashen, ey. Boom. Okay, mit aufgelandet. Schluss mal zwei Damage. Okay. Ist jetzt nicht so viel. Aber reicht aus. Jetzt traut mich auch bloß immer, ihn einmal anzugreifen. Ist ja auch mal fies, ey. Wenn er so runterkommt, dann... Na, die Dorni. Ich noch mal verarscht hier. Ach. Hör doch mal auf, mich zu verarschen. Merkt der, wie er einen verarscht? Oh. 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 Ich muss ihn einfach zurück verarschen, Leute. Ich muss ihn einfach zurück verarschen. Boah, voll erwischt. Ich dachte gerade schon, seine Erscheinungstransformation dauert jetzt zu lange. Boah. 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 Nein, okay. Ich spring mal kurz gegen, um zu testen, ob er einen Helm irgendwann bringt. Aber der Helm ist voll scheiße. Boah. Boah. Aua. Wenn er jetzt nur noch so eine Scheiße macht, dann habe ich halt immer Pech, ey. Das ist immer geil. Das soll er eigentlich die ganze Zeit machen. Ist nicht in der Mitte, komm und nicht so ein Quatsch hier machen. Aua. Komm, ich hab dich doch gleich, du oller Sack. Mann. Hau schön ab nach oben. Ist viel besser, wenn du einfach nach oben abhaust. Ist so ein aufgelandener Charge-Shot noch und der ist down, Alter. Na komm, was willst du, was willst du, was willst du, hä? Ja, und sag tschüss, Mann. Er lebt doch, warum lebt der denn noch? Alter, sogar die Treffer-Rate ist A-N-G, oder was? Okay, Lucky-Shotter, tschüss. Mann, der hat genervt. Wie lange hat das immer dauert, bis Mega-Man sich freut. Brauchst du einen interner Rechner so lange, bis du uns zu checken? Okay, Gegner ist wirklich weg. Ja! Also, dann stellt euch vor, wenn die Musik weg wäre, dann würde er sich eine ganze Zeit voll wundern. Boah! Okay, das würde ich ein geiler Schuss. Der ist die Spreadgun. Okay, der ist cool. Wird natürlich gleich gesafed, Mann. So, Leute, die Hälfte der Wobard-Master sind down. Er würde jetzt irgendwie einen den hier versuchen und dann halt den Octoman. Aber was mit Armadillo-Man? Kommen wir mal zu dem Monkey? Nee, komm, wie heißt er richtig? Sparkmantrill! Vielleicht ist er in einem Wind effektiv oder in einem Eis. Ne? Hm. Ready, ready, go! Wo blickt denn jetzt schon wieder? Das ist ja hier alles kacki. Din, di, di, di. Mann, ich bin immer noch so schwackel mit meinem Blaster, ey! Din, di, di, hoppala! Tuch! Das ist also schon durchsichtig mit Glas. Das ist ja cool. Irgendwelche Glasröhren. Du, 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 du. Boah! Wann jetzt? Warum wird es jetzt hier dunkel? Machen wir jetzt hier nicht... Machen wir jetzt kein Quatsch hier. Nicht hier dunkel machen alle, das gibt's doch nicht. Aua! Aua! Wer macht denn hier, wer soll denn hier für Stromausfall? Uu, uu, uu. Oh, ey, der Typ ist auch immer so richtig 1G, weil der kann ja Raketen schießen und, oder? Oh, was denn da, Leute, da ist wieder ein Energy Tank. Jetzt ist richtig. Äh, du, 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 du. Aua, sieh da, meine. Woher kommen wir denn da hin? Hä, da kommen wir gar nicht hin. Ist das jetzt hier irgendwie unter mir? D-d-d-d-d-d-d-d Äh, soll ich was kaputt machen? Komm, bum, 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 nee, durch die Wand geht das durch. durch das schon den ddn den ddn also kann ich sagen dass irgendwie noch und wann doch weiter und ich guck mal nach ich glaube wir sind jetzt hier die ddb hier bleiben aber schon die gegner besiegt ist natürlich cool du und hat damit ich hier zu tun ddn schon geil er weiß wie viel der mensch der wirklich macht um 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 ok drei schluss von den teilten war die ddn Was war das denn für ein Sternchenvieh? Habt ihr das gesehen? Geht's da irgendwo hoch? Das sieht so komisch aus. Ich seh gar nichts mehr. Leute, geht's hier runter? Nee. Aber irgendwie muss ich da zu diesem komischen Energietank da kommen. Habt ihr das gesehen? Wie soll ich denn da hinkommen? Wenn's jetzt hier ja nicht mehr weiter runter geht, dann ist doch alles hier viel. Geht's hier weiter runter? Nee, da bin ich ganz bestimmt tot. Aua! Oh, shitvieh, jetzt hier nicht hinauf, wenn ich springe, dass er denn genauer ankommt. Ja! Dann lass mich doch mal in Ruhe, Mann. Wie sie schreien. Sind ich auch schon wieder richtig tot, oder was? Ja, nee, also wenn... Wenn irgendwie der Bildschirm nicht scrollt, bin ich jetzt nicht so wie wild da... Leap of Fate-mäßig. Mal gucken, wie ich jetzt meine Leben aus und wenn ich da so versuche, darin zu jumpen. So, vielleicht jetzt jetzt nochmal wieder zurück nach links, ne? Denn ist ja... Dann ist die Chance ja immer noch da. Nö, es geht einfach... Nö, ich denk mal, das hab ich schon irgendwie verpasst. Höh! Nö, jetzt erst recht. Däde! Oh, oh! Zwischenboss! Okay, du Schwein, dir zeig ich's! Oh, du bist für'n Vieh! Warte, warum juckt denn das den nicht? Guck, ich hab ja Eis, ne? Mal gucken. Alter, was ist denn bitte, ey? Alter, was ist denn für'n Schwester? Mh, mach dir übrigens die Wheelies. Er ist so fies, Mann. Au, am, du, 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 du. Ah, bum, 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 bum. Okay, wie ist denn hier? Ich würde das aber echt mal ein bisschen mehr Energie erfinden. Was soll denn das? Warte. Der, du, 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 du. Ja, was soll das jetzt da? Toll. Okay, ja, wäre schön erstmal runterspringen und ich weiß, ob ich da überhaupt landen darf oder nicht. Wow, du, 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 du. konnte ich gar nicht sehen den empfehlen noch besser geht's denn hier nicht lang mann klasse daran ist ein herzding oder nicht dran ich weiß nicht was man noch kriegt ich hab hier in meinem menü sieht nicht so aus die restlichen slots sind alle für die waffen also von daher sollte auch die rankommen heute daran schon zwei so eine herzen entdeckte wirklich kein rankommen habe ich hau mal ab aua in den reinen den gegner voll hier fast hat hier fällt mir doch hier heimgänge oder so weit ist ja beim mega man manchmal üblich der voll die bomben toll ist oder wieder neu ist klar da macht der affian dauernd immer zappen duster oder das nicht doch man ist echt nett mit den ganzen heilung das ist wirklich sehr sehr nett aber das war jetzt fies wo ist denn hier ein geheimgang keine ahnung ich glaube halt nicht ne das ist doch niemals ein geheimgang aber den voll hier nehme ich doch ich habe mich abgeballert abgeballert so mit full heal und vier leben ja was könnte seine schwäche sein elektro also feuer ja nicht die problematisch erst mal aus wie sie zu kurzen betten den kompeten manchen warum ist denn so groß Der hat ja keine Schwäche, oder was? Aua! Aua! Oh! Das war geil. Wie er so ein Langways. Okay, aua. Wow, wow, wow. Und so, Ultrasis. Ich habe für den auch nicht die Schwäche? Okay, ich muss noch Eis probieren. Eis muss ich noch mal probieren. Wie kann ich denn so ein Pech haben, Leute? Nicht eine Schwäche? Na los, du Monkey King. Komm, Elektro, der sieht doch so aus, als ob der die Kälte nicht abkann. Ja, wir können über... Oh! Es ist eine Schwäche, Leute. Ja, das wirkt. Ein Mann. Je... Wow, nimm. So nicht. Wow, wow, wow. Wow. Ihr werdet abbreiten, hilft sehr und sagt Tschüss, Mann. Geil. So, alles klar. Ja, also nimm, denn... Ich habe auf jeden Fall zwei Schwächen rausgefunden. Erstmal Elektroxburg. Ja, der wird da auf... Der wird da mit Wasserjüt sein, oder? Da hat doch bestimmt der Wassertyp eine Schwäche. Alles klar. So, aber nee, man sieht auf jeden Fall immer... Das war ja auch schon irgendwann in den... späteren, sag ich mal, Megaman-Teilen. War das ja auch so, dass du immer einen kleinen visuellen Effekt hattest. Nicht nur, dass sie irgendwie länger als Stunt waren oder so. Nee, das war ein visueller Effekt, wenn du halt die Schwäche rausgefunden hast. Ne, wie bei den Pinguinen. Der war richtig so... Stand richtig in Flammen. Und der hier also Eis. Gut. Und deswegen muss noch drei. Ich denke mal, der hat die Schwäche Elektro. Hm, 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 hm. So, dann würde ich jetzt ganz gerne nochmal in die Stage gehen vom Mammut hier. Weil da ist ja diese Energy-Tank. Und ich gucke mal, ob ich das einfach einfrieren darf mit Eis. Oder so. Ne, mal gucken. So ein bisschen Backtracking. Und irgendwie war hier auch noch so eine Stelle, die mir auch komisch vorkam. Äh, war doch hier, oder? Wo es so aussah, als könnte ich durch die Decke durchgehen. Ich gucke mal jetzt schnell. Der Kopf, ich kann ja doch wirklich einfach mit der Escape-Unit abhauen. Weil nicht, dass das irgendwie ja nicht funktioniert. Ja, warum kann ich eigentlich hier unten lang gehen? Hä, ist die Lava alles zu? Hä, ist doch eigentlich Lava gewesen. Hä, wo ist die Lava hin? Warum ist die Lava eingefroren? Hä, die Lava ist eingefroren. Und okay, ich kann jetzt ja doch, dass ich das selber machen kann mit der Waffe. Aber wieso ist das denn von alleine eingefroren? Okay, die Welten scheinen sich zu ändern. Wenn man, äh, ich weiß. So, guck mal, die Stelle hier. Die will ich mir nochmal genauer angucken. Äh. Oh, äh, okay, besser nicht. Da komme ich ja gar nicht ran. Wie komme ich denn da jetzt ran? Ah, du, du, du. Vielleicht kann ich da vorhin so jeden durchstoßen, weil es sah ja schon voll und so verdächtig aus. Aber so glaube ich nicht. Aber dann kann ich mir erst mal ein bisschen... Das Herz kann ich mir doch jetzt holen. Geil, oder? Geil, ist das mehr Energie? Ist das das? Ist das das? Ja! Zwei Treffer, Rubik. Wow. Das ist natürlich... Das ist viel. So, jetzt weiß ich aber nicht, was das da jetzt mit diesen Blöcken da zu tun hat, weil ich komme da leider nicht ran. Ich komme da noch nicht ran. Ja, dann gibt es vielleicht irgendwann doch noch irgendwas, dass ich hier so ein bisschen, ja, höher die Treppen haben darf. Oder wie so eine Treppe. Ich erinnere mich da nur so an Washcoil, ne? Der war ja immer zum Springen, war der gut. Dann war der noch gut für, 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 ähm... Na. Ihr wisst schon, Mann. Einfach cool. Ne, für, für, dass ich halt auch so Plattformen machen konnte. Irgendwas oder sowas. Oder irgendeine Kapsel bringt sowas. Die wir noch finden. Vielleicht ist die so, ja, wenn in jedem Level eine Kapsel gibt, weil die ich auch noch nicht weiß, vielleicht mir auch vorher schon so viel und wie so ist. Boah, ich komme da echt nicht ran. Ich probiere es noch ein paar Mal, weil manchmal ist ja so ein Scheiß-Spiel von der... aus den 90er-Jahren so richtig komisch. Pixel-perfekt. Das ist da eben... Doch, das klappt schon, äh. Man muss das so lange probieren, bis das geht. Ja, super. Aber das ist einfach nur Deko. Das sieht aber nicht so aus. Ah, nee, komm mal, selbst wenn ich das kaputt mache, ja. Ich muss ja irgendwie an die Wand da links rankommen zum... Wand-Sprung, um mich da hoch zu wiggeln. Ich glaube, das geht nicht. Äh. Der wird neben... Oder verpasst ich, ob ich den mit dem Dash oder so... Oder da ist ja nochmal irgendwie so ein Robot da. Oder ich komme nochmal kurz drücken. Vielleicht geht es ja auch von der anderen Seite. Hier vielleicht, ne? Dass ich da irgendwie hochkomme. Ich probiere es ja schnell aus. Ich weiß ja, dass es da irgendwie nach links dann ging. Muss bloß erstmal ganz nach oben. Wartet doch mal ganz kurz. Aber interessant, dass die Welt hier, äh... Jetzt komplett unter Eis steht. Denn wie geil. Lass mich nochmal hier hoch. Und die sind alle richtig nett. Die haben ja alle Energie hier. Weil sie wissen, sie haben keine Chance. Lass mich mal in Ruhe hier. Lass mich mal in Ruhe. Oh, ein Leben. Lass mich mal kurz gucken hier, ne? Oh! Okay, also... Oh! Hä? 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 Ich mach die Dinge auch seitlich kaputt? Okay, was hab ich denn jetzt bekommen? Hä? Guck mal! Ein zweiter von diesen Dingern und der eine ist fast voll. Okay, ich hab ja noch einen dritten gesehen. Äh, der aber... Ich weiß, wie ich da rankommen soll. Hä? Wie geht das? Ja, jetzt komm ich von der Seite kaputt gemacht. Ja, du hast deinen Helm. Und hier... Okay, ich check es nicht. Dü-dü-dü-dü. Das ist ja vielleicht doch nichts mehr. Bei dem anderen, hätt ich irgendwie jetzt chiquin? Ja, von hier oben und dann links lang? Gab es früher auch öfter. Nee, na gut. Ich würde jetzt mal... Also, dann kann ich ja doch... Wenn ich... Dann müsste ich bloß... ...witt hier an der Seite erreichen... dann würdet ihr irgendwie seitlich kaputt machen, die Dinger. Aber ich komm da, glaub ich, nicht ran. So, dann guck ich mal an, schnell, was passiert, wenn ich jetzt die Exit Unit benutze. Ich also, du wirst alles verlieren, oder? Mal gucken. So. Okay, ich kann speichern, sehr gut. Dann hab ich hoffentlich nicht alles verloren und alles bleibt eingesammelt. Okay, cool, also immer noch ein Fragezeichen da bei dem, aber ich merk's mir immer noch. Aber sehr schnell, denn, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich schnapp mir Octoman. Und wie auch immer der komische Tentakel vorziehen nochmal hieß. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Tschüss.